Servus, ich bin der Matthias. Ich bin jetzt gerade noch ein wenig unterwegs gewesen und da habe ich ein recht schönes Bangal gefunden, wenn man sich noch ein wenig niedersitzen kann. Und wenn ich mir ganz spontan denke, könnte ich die Aktion von meinem Spätchen unterstützen, von Pauli, mit 1.500 für einen guten Zweck, weil Kinderkrebshilfe ist wichtig und ich glaube, das ist eine super Sache, was da der Pauli ins Leben gerufen hat. Ja, und es ist da kalt. Oh Gott, Gott sei Dank. Und ich meine Home von Schwammerhandlern, die jeder baut, sonst würde ich mich unterfrieren. Ja, auf alle Fälle, ich möchte natürlich die Aktion von meinem Spätchen auch unterstützen und da ich ganz zufälligerweise eine Osserholbe der Bau kann tun, habe ich mir gedacht, dann machen wir das halt jetzt einmal. Schät, das war jetzt so spontan, dass ich eigentlich nichts habe, weil ich die halbe aufmachen könnte. Ja, aber da ich jetzt dringen will, und ich weiß, dass das aber eigentlich der Pauli nicht mag, aber ich kann eine Wahl nicht tun, bleibt mir nichts anderes zu tun, also ja, dass ich die halbe mit meinen Zehen hafne. Pauli, sorry, aber es ist nicht anders gegangen. Servus, ich bin jetzt noch einmal, ich habe noch etwas vergessen. Abonniert den YouTube-Kanal, tausendhalbe für den guten Zweck. Jetzt ein Like da, wenn Ihnen das Video gefallen hat. eben hier genau. Ja undEC am besten. Darling… ... ... ... … ... … пар Vielen Dank.